Ich wollte zur Steuerklasseung, wo wir nicht mehr eine einzige Steuerklasse kreieren sollen, eine individuelle Steuerung, wo dann ein gutes Prinzip ist. Und da könnte man auch gesagt, dass keiner etwas verliert. Der Herr Berger sieht sehr gut, aber ich fand es doch ganz gut, dass das sehr gut ist. Aber wenn keiner etwas verliert, dann könnte man eine Steuerklasse. Die Steuerklasse hat doch gedacht, wie das steht, ob es steht, es geht, 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 es braucht keine Steuerklasse zu wählen. Aber wenn keiner etwas verliert, dann können die Steuerklasse 2, das ist nicht möglich, wenn keiner etwas verliert, dann müssen die Steuerklasse 2 kommen. Ich bin gespannt, dass ich mich unterstütze, wenn dann die Reihe haben, wo steht, es geht für Kompensationsmaßnahmen an Übergangsbestimmungen festgehalten. Das möchte mich dann aber hellhörig, weil das schenkt dann einfach nur Kürzungen für verschiedene Leute zu gehen. So sprechen wir keine Übergangsbestimmungen an dem Gesetz 14, sondern normalerweise, wenn die Übergangsbestimmungen rüber sind, dann haben die Leute mehr Steuern zu bezüllen, wie das für drunter. Wir werden also ganz aufmerksam, ob das Versprechen von Logimiki, dass das kein Mensch bei der Steuerklasse von der einzigen Steuerklasse verlieren. Wir werden darüber ganz gut aufpassen.